Der Pumsi auch noch kurz? Oh nein! Moin meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Flyer Ufe. Eigentlich sag ich immer, moin meine lieben Butzer. Was geht? Ja, Tobias am Start hier. Was geht Tobias? Alles gut. Was sagen die Sportnachrichten, mein Freund? Du siehst aus wie als wenn du hier so Moderator bei RTL Redaktion warst. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, wir spielen jetzt mal ne Runde Overwatch, mal gucken wer es passiert. Seid dabei, wie wir auf die Fresse kriegen oder nicht. Dass du mir guckst, bist du gut drauf? Bin gut drauf. Okay, auf geht's. Mach ich, bin schon drin. Ich hab ne Lootbox, warte. Digga, scheiß auf Lootbox. Nee, Digga, ich muss das sehen. Was ich mir hier verdient hab, verstehst du? Hehehe. Ein Skin, ein Spray sonst nicht. Oh ja, geil Digga, endlich für Soldier. Über 3. Im Ernst, wirklich? Ja, so olivgrün wahrscheinlich, wo man immer zieht. Wo man immer zieht. Hast du den? Ja, ja. Ja, hast du ihn wirklich? Was für Soldier? Ja. Ja. Den grünen hast du? Ja, ja. Digga, ich bin fünf Level höher als du kriegst. Digga, dein Ernst? Digga, dein Ernst? Weil ich mag den normalen Skin einfach nicht. Und der danach kommt, den kann diesen Superman-Skill oder was er sein soll. Ja, aber du hast sogar den Reinhard in den olivgrünen. Was? Ja, aber den Reinhard auch in den olivgrünen. Ja, das hab ich auch. Du hast bestimmt mit dem Honig schon ausgegeben, ne? Die Skin, Digga. Digga, Digga, Digga. Digga, Digga. Ey, Volkonto läuft. Ja, ja. Geht los, Digga. Wir müssen festen, verstehst du das? Wenn ich nimm Reinhard, du nimmst Björn. Ah, ich soll Björn nimm? Ja, ist situationsabhängig. Ich mach schon, muss ich flexibel sein, weißt? Soll ich nimm Soldier, Digga? Ja, dann nehm ich Reinhard. Kein Problem. Auch Reinhard. Reinhard oder rein raus? Nein. Der war witzig. Der war witzig. Der war witzig. Der war aber witzig. Ich musste zum Björn. Warte, das Ding ist, wir müssen ja die... Ey, der nehm ich doch, denkst Björn, weil... Der kann nicht das Geschütz auf die... Fracht, weißt du? Genau. Es sieht so aus, als müsst ihr jetzt zusammen... Pass auf. Was denn? Du bist zu langsam. Nee, nee, pass auf, Björn kommt, Digga, hier. Björn ist am Start. Ich rechne dich ab sofort der kleine Gartenzwerge. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Da musst du mir aber richtig gut Deckung geben, weil die lauern dahinten schon. Digga, die kennst mich doch nicht. Ja, pass auf, ich mach jetzt schon hier auch so, pass auf. Und dann? Was? Vorbereiten, weißt du? Oh, Reinhard, oh. Schon der Name, man hat die echt geile Namen genommen, Digga, Reinhard. Du bist so ein richtiger Björn, Digga. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, schon was gemacht. Ja, da hinten ist so ein Bastion. Oh, nice. Komm auf. Ja, läuft. Nice. Komm, lass ein bisschen vorrücken. Oh, pass auf. Oh, oben links haben die so ein Ding gemacht, Digga. Die Sensoren. Ach, weg, ich bin da. Ja, warte mal. Ah, ist weg. Auf der rechten Seite auch noch. Ja. Schießt du auch die Scheiße ab, Digga. Willst du mich flaxen? Ich höre dich ab, Digga, jetzt schon. Der hat die Sensor nicht abgeschossen, hast du das grad gesehen? Ja, ja. Ey, da war die Kack-Lampe vor oder irgendwas. Digga, das war ein Bug. 100%. Digga, hast du das gesehen? Ja, das war voll heftig. Ja, wäre unmöglich. Steht mein Ding so auf, mein Geschütz steht noch voll. Ja, gar nicht. Geschütz ist wie... Wie dein eigenes, ne? Oh, ha. Sauber. Sind die Dinger weg jetzt? Ja. Ja. Okay, was auch, ne? Ja, sauber. Ja, sauber. Komm, auf geht's. Wir müssen ja so nach vorne, Digga. Los, sauber. Bleib so. Der Gartenstack kommt dann nicht auf. Ja. Ah, warte. Oh, gefangen, Digga. Mach das Geschütz kaputt, Digga. Treff. Ich komm nicht da hoch. Ah, geil. Geil. Los, Rainer, gib alles. Aua, Rainer. Ja, sehr gut. Spastio. Boah, ey, was war das denn? Der Linie nach hinten, oder was? Ja, da kommst du auch diskret Lust zu mir geben. Egal, Digga. Ich komm schon wieder auf dem Kopf. Wo ist dein Geschütz hin? Wo ist das Geschütz hin? Ah, ist wahrscheinlich kaputt. Scheiße. Warte, ist das... Egal, ich bring die Fracht bis zum Checkpoint. Guck. Sehr gut. Guck zu und lern, Digga. Ja, ja, ich leere. Guck. Oh, der Reifen kommt. Boah. Oh, Digga, Checkpoint schon. Wir haben noch 6 Minuten so ungefähr. Ja, hab ich doch gesagt, Digga. Ja, ich weiß. Ne, du hast dich auch gefragt. Doch, doch, hab ich. Oh, du, wie hast du machen das super? Oh, ja, machen wir das? Oh, ja, ha, 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 ha. Ja, So,demappild istjob Airport darin! Oh, nee, jetzt komm ich knackern ... Ja, mein Schild ist kaputt. Ich hab noch kurz einen gebombt. Den bomb次 auch noch kurz. Oh, oh! Wo warst du, Digga, mit deinem Schild, warum rushst du denn mit deinem Schild? Ah, komm! Nein, ich hab dich verteidigt und wollte ich ein bisschen supporten. Ja, ja, höre sie. Komm weiter, Digga, weiter, weiter. Ich mein, hab ich schon einen getötet und zweimal gestorben. Was ist bei mir? Fünf grad noch, Digga. Ja, aber hier geht's nicht ums Killen, Digga, sondern um die scheiß Bracht. Genau. Ja, letztes Mal haben wir ja richtig rassiert. Digga, ich glaub grad den Behinder zu mir. 35 Kills oder so, ne? Ja, ja, 36 hatten wir eben, Digga. Komm ich ja auch durch, ja. Okay, komm doch. Oh, Digga, hinter uns. Ich muss kurz mal riskieren. Nee, Digga, mach nicht auf mich. Nee, wo ist der denn, Digga? Ich seh ich gar nicht. Guck wie ich marschiere, Digga, was ist los? Komm nach vorne jetzt, Gas. Mhm. Vorsicht. Hast du gesehen? Warte kurz, Digga. Du kannst, ganz kurz konzentriert, Digga. Jetzt hast du's nicht gesehen, Digga. Nee, weiß ich auch nicht. Du musst arbeiten. Mhm. Weiter so, genau so, Digga. Pass auf mein Geschütz auf. Sauber. Mach ich, Digga. Kein Besatz. Sauber. Au, er hat mit dem Visier, erhurt. Au, geil. Oh, geil. Oh, hä? Wieso haut's mich da immer zurück? Ja, egal. Lass ihn nicht ablecken. Sauber. Ich geb dir kurz, wirst du? Mach dein, mach dein Geschütz. Nein, reichen, aua. Kaputt, gestürzt. Aber wir sind weit gekommen. Dann schieß ich auf dich, Gott, ey. Wir sind sehr weit gekommen. Ist mein Geschütz und Digga. Ja, ich komm weiter. Ich glaube, es ist auch oben. Beschütze uns, Bruder. Gute Gains. Wir sind so fett, wir haben gar keine Traktion. Ja. Aber, gute Gains. Ja. Sauber. Scheiße, Digga. Oh, oh. Wir haben ja gerade gar keine Chance. Komm weiter. Ja, ich musste kurz meine Ulti einsetzen, weil keine Energie und so. Kein Problem, ich bin alleine. Sauber. Sehr gut, Digga, genau so. Stellen wir einfach ein Geschütz auf das Krieg hier hin. Ach so, wir sind schon durch, Digga. Ja, Digga, kein Problem. Wir machen noch eine. Richtig gut gemacht, Digga. Das war echt gut gemacht. Richtig geil. Highlight des Spiels. Ja, wie sieht er denn aus, heftiger Typ. Was bedeutet das? Zeit für Zielfortschritt. Ja, du hast dich anscheinend verbessert, weißt du? Ja, aber in was? Ja, mit Reinhard, keine Ahnung, die Flamme geschossen oder so. Ja, ja. Oh, fast Level 24. So meine Bootser, das war jetzt einfach mal ein spontanes Match mit Tobias und mir. Ist ganz gut gelungen, muss ich sagen. So auf. Das war richtig. Weil sonst nimmt man irgendwie mal auf oder beim Stream oder so. Da funktioniert ja nichts. Im letzten Stream, da habe ich ja so gekotzt. Aber jetzt war es echt cool. Mal kurz aufgenommen. Richtig geil. Auch spontan. Ja, war geil. Wir machen jetzt weiter. Wenn ihr natürlich noch mehr Aufnahmen haben wollt vom Spontanspiel oder wenn ihr noch mehr Ideen habt, weil ich dachte auch dran, dass wir über den Bootsdigger TV Kanal hier mit den Zuschauern spielen können. Ihr wisst ja, wo ihr unsere TS-ID herbekommt. Die, die unseren Stream gucken, die wissen es. Wer es nicht weiß, naja, der verfolgt uns ja eigentlich da nicht wirklich. Der hat es ja auch nicht verdient, würde ich sagen. Das heißt, eigentlich ist es leicht zu finden, wo unsere TS-ID ist. Und dann könnt ihr ja unten warten und dann ziehen wir euch einfach mit hoch, wenn wir unsere Aufnahmen machen und dann ziehen wir euch hier mit rein. Dann könnt ihr mal hier mit diskreter Skypecam mit am Start sein oder so. Das wäre eine ganz geile Idee. Wir haben diesen Sinn, Leute. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns. 0 Waage. 8 6